Eine weitere Übungsvariation wäre es sich, um beispielsweise auf die Drückjagd vorzubereiten, mit wechselnden Zielen zu arbeiten. Hier nehmen wir eine Drückjagdbüchse, auch die entladen. Wir üben den Vollgeschuss durch Zielwechsel der Zieldarstellung. Okay, Blecky, wenn du bereit bist, fertig laden, Feuer frei. Ihr schützt den Zielen. In unserem Schuss habe ich gemacht, wenn du auf der Drückjagd durch siehst. Ein Zielen. Das ist ein Zielen. Untertitelung des ZDF, 2020